Einen floschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es bereits im Titel gesehen, es ist soweit. Ich habe Level 299 gleich komplett voll gemacht. Ich muss jetzt nur noch kurz zwei Gegner suchen. Dann haben wir auch... Ah, das war knapp. Dann Level 300 wegen der Medaille. Na gut, den wollte ich jetzt nicht öffnen. Und Nummer 1. Und Nummer 2. Und die Medaille müsste es jetzt machen. Das gibt es nicht. Was ist das denn hier für eine Frechheit? So eine bodenlose Frechheit. Und jetzt. Jawoll. Und da ist der schöne Level 300 Banner. Mit 2 EP oder HP. Einfach mal schön nach Level 300 fliegen. So, dann bin ich jetzt endlich auf meinen goldenen Charlie stolz. Und da haben wir ihn auch erst mal den Level 300 Banner. Und da ist er Agent Charlie. Den müssen wir natürlich ausrüsten. Genauso wie den Bananen Koffer. Ja, jetzt geht's bis Level 350. Ich hoffe, ich schaffe es diese Season noch. Kann sein, dass ich ihn nicht mehr komplett vergollen kann. Weil Leveln ist inzwischen sehr, sehr schwierig geworden. Ich brauche jetzt inzwischen, ja, hier 113.000 EP. Bis Level 301 zum Beispiel. Und das wird ja immer mehr pro Level. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung der Abonnieren-Glock aktivieren. Und gerne auch den Creator-Code der Teddybär im Item-Shop eintragen. Wenn ihr mich einfach kostenlos unterstützen wollt. Der Shop sieht gerade richtig geil aus. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Hau rein und ciao. Leute.